Um die Companion-Technologie zu realisieren, untersuchen wir kognitive Prozesse bei Menschen und bei technischen Systemen. Denn wir wollen die Companion-Eigenschaften in technischen Systemen über kognitive Prozesse und deren Zusammenspiel realisieren. Und dazu brauchen wir zunächst mal Methoden beispielsweise der Mustererkennung, die es uns erlauben, Situations- und Emotionsparameter zu erfassen, die zu interpretieren und dann schließlich zu erkennen, wie ist die Situation, wie ist jetzt vielleicht der emotionale Zustand des Nutzers. Wir brauchen dann, um die Funktionalität eines Systems zu realisieren und um die auch individuell anzupassen an den jeweiligen Nutzer, Methoden der künstlichen Intelligenz zum Beispiel, wie automatisches Schlussfolgern oder das automatische Planen von Handlungen, das Ausführen von Handlungen, das dann praktisch die Funktionalität des Systems herstellt. Und wir untersuchen natürlich auch Interaktion und Dialogführung und zwar sowohl empirisch als auch dadurch, dass wir natürlich Methoden, entsprechende Methoden erzeugen und Entscheidungshilfe geben für das System, welche Modalität oder welches Interaktionsmedium jetzt für die aktuelle Situation zum Beispiel gerade geeignet ist. Wir machen empirische Untersuchungen, wo wir Experimentalsettings haben, in denen Nutzer in bestimmte Dialogsituationen gebracht werden und wir daraus Erkenntnisse gewinnen, die wir dann in technischen Systemen umsetzen können, sodass die eben in der Lage sind, entsprechende Dialoge zu führen.